Und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe den Oberbürnerknaller. Ich habe eine richtig tolle Verlosung und ich freue mich so doll für euch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr wisst ja, dass ich ein riesengroßer Nabla-Fan bin und Pioche hat mich gefragt, ob ich an einer Verlosung teilnehmen möchte. Das heißt, ob ich eine Verlosung machen möchte. Und ich habe sofort ja gesagt, weil das ist wirklich für euch, ich denke, so ein schönes Weihnachtsgeschenk oder was auch immer. Ich freue mich ganz doll für euch und ich zeige es euch jetzt mal. Von Nabla. Eine Tasche. Eine so, so, so superschöne Tasche. Und nicht nur das, da sind ganz tolle Nabla-Sachen drin. Alles, was ich so sehr liebe. Den goldenen Mascara. Eine mega Lidschattenpalette. Diese Sommersprossen. Und dann noch dieses tolle Blush in Creme vorn. Alles von Nabla. Mal zusammen reinschauen. Was ist hier drin? Eine mega tolle Nabla-Palette. Side-by-Side-Nude-Palette. Schaut euch das mal an. Bei Pioche. Die haben ja diese tolle Palette auch online zum Verkauf. Dann dieser mega tolle goldene Mascara. Dieser Panther in Gold. Hier noch dieses Goldkettchen für die Tasche. Hier ist von Nabla dieser Fraggle-Maker. Das heißt Sommersprossen. Ich finde das so süß. Ich würde das am liebsten machen. Dann habt ihr diese Two Reasons von Nabla. Diese tolle, tolle Blush-Palette. In der Farbe Soft Nude. Ganz toll. Richtig toll. Das kennt ihr. Schaut meine Nabla-Videos. Dann könnt ihr euch die Palette nochmal anschauen. Und hier eine Glitterpalette. Glorious Light. Schaut euch diese Palette bei Nabla an. Ich möchte sie nicht auspacken. Weil es gehört ja nicht mir. Das sind ja eure Sachen. Und ich packe das jetzt alles wieder in diese tolle Box. Und jetzt kennt ihr auch den Inhalt. Was ihr machen müsst, um an dieser Verlosung teilzunehmen, ist, meinen Kanal abonnieren. Und dann rüber zu hüpfen zu Instagram. Und auch dort mich zu abonnieren. Und natürlich Purish. Weil Purish hat das überhaupt nur möglich gemacht, dass ich diese Verlosung machen kann. Und ich freue mich für euch ganz doll. Und ich wünsche es mir. Und Teilnahmebedingungen schreibe ich euch nochmal in die Beschreibung. Und das ist wirklich die tollste Verlosung ever. Echt. Mega. Ich würde an eurer Stelle auf jeden Fall mitmachen. Und also besser geht es gar nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich drücke euch ganz doll die Daumen. Macht alle mit. So viel wie möglich. Sagt auch euren Freundinnen Bescheid. Weil sowas geschenkt zu bekommen, das ist wirklich richtig toll. Datum schreibe ich alles ganz genau in die Beschreibung. Also wenn ihr jetzt unsicher seid, guckt, schaut nochmal in die Beschreibung rein. Und ich drücke euch so die Daumen. Es können so viele mitmachen, wie wollen. Natürlich immer nur einer. Aber die Verlosung macht sowieso eine Maschine. Also ich muss da nicht Zettel falten oder so wie früher oder alles aufschreiben. Sondern ich gebe einfach das Video ein. Dann verlost er das. Und einer erscheint dann. Und das schauen wir uns dann zusammen. Ja. Mega spannend. Mega spannend. Ich freue mich. Tschüss. Ja.